Kennst du das Geheimnis von erfolgreichen Menschen? Ein entscheidender Faktor sind die psychologischen Kontrollüberzeugungen, die nachweislich zu mehr Glück und Erfolg im Leben führen. In diesem Video lernst du daher alles über die Kontrolle in der Psychologie, mit dem wir dieses Geheimnis lüften werden. Außerdem kannst du deine eigenen Kontrollüberzeugungen testen und erhältst am Ende des Videos 10 Tipps, mit denen du die Kontrolle über dein Leben gewinnst. Bleib also unbedingt dran und viel Spaß beim Video. Glaubst du, dass sich dein Leben deiner Kontrolle entzieht oder dass eine gute Stelle hauptsächlich davon abhängt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist? Oder glaubst du eher, dass alles, was dir widerfährt, die Folge deiner eigenen Handlungen ist? Dass erfolgreich zu sein eher etwas mit harter Arbeit zu tun hat als mit Glück? Die grundlegende Frage dahinter ist, kontrollierst du deine Umwelt oder wirst du von ihr kontrolliert? In der Psychologie geht es dabei insbesondere um sogenannte Kontrollüberzeugungen, also die eigenen Vorstellungen, gewisse Aufgaben, Herausforderungen oder Situationen eigenständig und erfolgreich bewältigen zu können. Das Spannende daran ist, dass diese Eigenschaften maßgeblich unser Leben und Verhalten bestimmen und darüber entscheiden, ob wir glücklich und erfolgreich sind oder eben nicht. Die wahrgenommene Kontrolle innerhalb des eigenen Lebens ist dabei ein wichtiger Faktor, der sowohl das Verhalten, die Einstellungen und die psychische Gesundheit von Menschen stark beeinflusst. Daher schauen wir uns jetzt einige psychologische Konstrukte und spannende wissenschaftliche Erkenntnisse genauer an. Der sogenannte Locus of Control, übersetzt der Ort der Kontrolle, ist ein Konzept in der Psychologie, das sich auf die individuelle Wahrnehmung bezieht, ob Ereignisse oder Ergebnisse im Leben durch interne oder durch externe Faktoren kontrolliert werden. In diesem Konzept gibt es zwei verschiedene Formen, zwischen denen unterschieden wird. Die erste ist der Internal Locus of Control. Das sind Menschen mit internalen Kontrollüberzeugungen. Diese Personen haben die Wahrnehmung, dass sie ihre eigenen Geschicke selbst steuern können. Sie glauben also, dass ihre Handlungen, Entscheidungen und Anstrengungen einen direkten Einfluss auf die Ereignisse in ihrem Leben haben. Sie sehen sich selbst als Hauptursache für ihre Erfolge und auch Misserfolge und fühlen sich befähigt, ihr eigenes Schicksal zu gestalten. Dahingegen gibt es aber auch den External Locus of Control. Das sind Menschen mit externalen Kontrollüberzeugungen. Das bedeutet, dass diese Personen wiederum die Wahrnehmung haben, dass das eigene Schicksal vom Zufall oder äußeren Kräften bestimmt wird, die sich der eigenen Kontrolle entzieht. Sie neigen dazu, Ereignisse oder Ergebnisse auf äußere Faktoren wie Glück, Zufall, andere Menschen oder höhere Mächte zurückzuführen. Dabei empfinden sie möglicherweise weniger Kontrolle über ihre Umwelt und sehen sich eher als Spielball der Umstände. Konntest du dich in einem der beiden Konzepte irgendwo wiederfinden? Im nächsten Schritt werden wir dir zeigen, welche Auswirkungen deine Kontrollüberzeugung auf dein Leben eigentlich hat. Dafür schauen wir uns einige spannende empirische Erkenntnisse zum Locus of Control aus wissenschaftlichen Studien an. Erstens, Menschen, die im Alter von 10 Jahren eine eher internale Kontrollüberzeugung hatten, litten im Alter von 30 Jahren weniger häufig an Adipositas, also Übergewicht, Bluthochdruck und Stress. Zweitens, Personen mit einem internal Locus of Control erbringen bessere Schulleistungen, handeln selbstständiger und gesünder. Außerdem sind sie weniger häufig depressiv. Drittens, internale Kontrollüberzeugungen führen nachweislich zu einem besseren Umgang mit Stress, insbesondere zum Beispiel mit Eheproblemen. Und viertens, diejenigen, die an die Willenskraft glauben und internale Kontrollüberzeugungen haben, lernen besser, zeigen bessere Arbeitsleistungen und sind zusätzlich auch noch hilfsbereiter anderen gegenüber. Unglaublich, welche Auswirkungen deine subjektiv wahrgenommene Kontrolle und deine Überzeugungen auf dein Leben hat, oder? Kommen wir zum nächsten psychologischen Konzept, der Selbstregulation. Diese beschreibt die Fähigkeit einer Person, ihre Gedanken, Gefühle, Impulse und Verhaltensweisen aktiv zu steuern, zu lenken und anzupassen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es handelt sich dabei um einen komplexen Prozess, der die bewusste Kontrolle über das eigene Verhalten sowie die Fähigkeit zur Anpassung an sich verändernde Umstände und Bedingungen umfasst. Die Selbstregulation besteht dabei wiederum aus der Selbstkontrolle, den exekutiven Funktionen und der Selbstwirksamkeit. Diese Konzepte schauen wir uns jetzt genauer an. Die Selbstkontrolle beschreibt dabei grundsätzlich die Fähigkeit, eigene Impulse und Emotionen zu kontrollieren sowie Belohnungen aufschieben zu können. Zum Beispiel, wenn du den Impuls nach sofortiger Befriedigung durch Süßigkeiten widerstehen kannst, um langfristig gesundheitliche Ziele wie zum Beispiel Gewichtsverlust oder allgemeine Gesundheit zu erreichen. Personen mit einer hohen Selbstkontrolle sind dabei in der Lage, besser mit Stress umzugehen. Das ist natürlich relativ naheliegend, da emotionale Ausbrüche zurückgehalten werden können und die Reaktionen bewusst gelenkt werden können, anstatt impulsiv auf belastende Situationen zu reagieren. Außerdem ist eine ausgeprägte Selbstkontrolle ein Prädiktor für akademischen und sozialen Erfolg sowie die Grundlage vieler positiver Persönlichkeitseigenschaften. Das bedeutet, dass die Selbstkontrolle ein geeignetes Maß ist, um Erfolg vorherzusagen. Das zeigt auch eindrucksvoll der sogenannte Marshmallow-Test von Walter Mitchell aus dem Jahr 1972. In dem Experiment wurden Kinder einzeln in einen Raum gebracht und vor ihnen wurde ein Marshmallow platziert. Die Forscher erklärten den Kindern, dass sie die Möglichkeit haben, diesen sofort zu essen oder aber, wenn sie warten können, bis die Forscher zurück in den Raum kommen, würden sie einen zusätzlichen zweiten Marshmallow erhalten. Die Kinder hatten also die Wahl zwischen der sofortigen Befriedigung oder einer größeren Belohnung durch den Belohnungsaufschub. Falls ihr euch später eine deutschsprachige Version des Experiments anschauen wollt, habe ich euch in der Infobox ein spannendes Video verlinkt. Die Ergebnisse des Marshmallow-Tests zeigten dabei, dass die Fähigkeit zur Selbstkontrolle in jungen Jahren nicht nur Einfluss auf kurzfristige Belohnungen hat, sondern auch auf die langfristigen Erfolge im Leben. Kinder, die gelernt haben, ihre Impulse zu kontrollieren, hatten in vielen Bereichen ihres Lebens später einen Vorteil. Zum Beispiel zeigten Kinder mit stärkerer Selbstkontrolle tendenziell bessere schulische Leistungen. Sie waren in der Lage, sich auf Aufgaben besser zu konzentrieren, effektiver zu lernen und erledigten ihre Hausaufgaben zuverlässiger. Sie neigten in der Regel außerdem zu besseren sozialen Fähigkeiten. Sie waren in der Lage, sich besser in Gruppen zu integrieren, hatten weniger Probleme mit impulsiven oder aggressiven Verhaltensweisen und konnten ihre Emotionen angemessen regulieren. Außerdem wurde die Fähigkeit mit späteren beruflichem Erfolg in Verbindung gebracht. Menschen, die gelernt haben, Impulse zu kontrollieren, neigen dazu, disziplinierter, fokussierter und in der Lage zu sein, in ihren beruflichen Bemühungen durchzuhalten. Die Fähigkeit der Selbstkontrolle kann also einen positiven Einfluss auf die persönliche Entwicklung, das Wohlbefinden und die Lebensqualität haben. Andersherum können aber auch potenzielle Nachteile bei einer geringen Selbstkontrolle entstehen. So hatten die Kinder mit geringer Selbstkontrolle tendenziell wiederum schlechtere schulische Leistungen. Sie konnten sich möglicherweise schwerer auf das Lernen konzentrieren, hatten Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Aufgaben und Hausaufgaben und erzielten möglicherweise deswegen niedrigere Noten. Außerdem können sie anfälliger für impulsives Verhalten sein, das kurzfristige Befriedigung bietet, aber langfristig negative Konsequenzen haben kann. Dies kann zu Problemen wie unangemessenem Konsumverhalten, riskantem Verhalten oder Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass man Selbstkontrolle entwickeln kann. Die Ergebnisse des Experiments deuten darauf hin, dass Selbstkontrolle keine feststehende Eigenschaft ist, sondern trainierbar ist. Die Fähigkeit, Impulskontrolle kann durch Übungen und Strategien verbessert werden. Sie ist vergleichbar mit einem Muskel, der nach einem Einsatz eine Zeit lang schwächer ist, Ruhepausen braucht und durch Training stärker wird. Personen, die sich regelmäßig, zum Beispiel durch Sport, in ihrer Selbstkontrolle üben, verbessern damit auch ihre Selbstkontrollfähigkeit in anderen Bereichen. Kommen wir zu der zweiten Säule der Selbstregulation, den exekutiven Funktionen. Diese beschreiben die kognitive Kontrolle bei der Verhaltenssteuerung unter Berücksichtigung von Umweltbedingungen. Das kommt insbesondere zum Tragen, wenn wir uns Ziele setzen und diese verfolgen. Sicherlich hast du dir bereits in deinem Leben einige Ziele gesetzt, wie zum Beispiel etwas abzunehmen, mehr Sport zu machen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Und konntest du diese Ziele langfristig verfolgen und alle erreichen? Falls nicht, dann lernst du jetzt, woran du vielleicht gescheitert bist. Grundsätzlich setzen unsere Ziele bestimmte Handlungssequenzen in Gang, mit denen wir dann bestimmte Ergebnisse erreichen. Wenn wir beispielsweise gesünder werden wollen oder abnehmen möchten, ergreifen wir Handlungen wie beispielsweise gesund kochen oder sportliche Aktivitäten auszuüben. Wenn wir diese Handlungen eine gewisse Zeit durchführen, erhalten wir entsprechende Ergebnisse, wie zum Beispiel Reduktion von Körperfett, mehr Konditionen oder mehr Energie im Alltag. Diese Ergebnisse sorgen dann wiederum dafür, dass wir uns neue Ziele setzen, die wiederum neue Handlungen in Gang setzen. Jedoch gibt es einige Funktionen und Schritte zwischen dieser Planung und dem Erreichen des Ziels. An erster Stelle steht natürlich die Zielsetzung, zum Beispiel in den nächsten sechs Monaten zehn Kilogramm abnehmen. Anschließend folgt die Planung von Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Sagen wir dreimal die Woche Sport und eine gesunde Ernährung. Bis dahin relativ selbsterklärend. Jedoch scheitern bereits einige im nächsten Schritt, der Entscheidung für Prioritäten. Wie priorisierst du dieses Ziel? Ist es dir so wichtig, dass du alte Gewohnheiten wie Serienmarathons, Gaming oder dein Lieblingsessen dafür hinten anstellst? Falls du andere Prioritäten in deinem Leben hast, als dein aktuelles Ziel, ist es wahrscheinlich, dass du dieses auch nicht erreichen wirst. Als nächstes kommt dann die Impulskontrolle. Kannst du bei der Verfolgung deines Ziels Impulsen widerstehen, die dich davon abbringen würden? Sagen wir, du hattest einen anstrengenden Tag und du hast keine Lust, noch ein gesundes Gericht zu kochen. Holst du dir dann den Fastfoodburger oder überwindest du dich doch in die Küche zu gehen und zu kochen? Oder draußen regnet es? Gibst du dem Impuls nach, stundenlang durch TikTok zu scrollen oder gehst du lieber raus, eine Runde laufen? Die emotionale Regulation kommt wiederum bei herausfordernden Gefühlszuständen ins Spiel. Beispielsweise, wenn du sehr frustriert oder gestresst bist, dann greifst du nicht automatisch zum Essen als Bewältigungsmechanismus. Stattdessen nutzt du alternative Strategien wie Sport oder Meditation, um mit deinen Emotionen umzugehen. Die Handlungssequenzierung wiederum ist wichtig, um deine Handlungen entsprechend zu organisieren und zu planen, um deine Ziele zu erreichen. Beispielsweise organisierst du deinen Tag so, dass du mehr Zeit für Bewegung und gesunde Mahlzeiten hast. Du sorgst dafür, dass deine Aktivitäten in einer logischen Abfolge ausführst, um deinen Plan einzuhalten. Die motorische Steuerung ist hingegen die bewusste Umsetzung deiner Handlungen, in diesem Fall die körperlichen Aktivitäten, sei es durch regelmäßiges Training, Spaziergänge oder andere Bewegungsarten. Anschließend folgt das Prüfen der Ergebnisse. Du hältst also regelmäßig fest, beispielsweise wie viel Gewicht du verloren hast oder Körperfett oder aber wie sich deine Gesundheit verbessert hat, wie sich deine Zeiten, deine Kondition verbessert hat. Du bewertest also die Ergebnisse im Vergleich zu deinen Zielen. Der letzte und einer der wichtigsten Schritte zur Zielerreichung ist die Selbstkorrektur. Indem du dich regelmäßig bewusst hinterfragst, kannst du feststellen, wo du aktuell noch Defizite hast. Zum Beispiel entscheidest du dich zu häufig für andere Prioritäten oder du gibst Impulsen zu schnell nach oder aber deine Planung oder Umsetzung ist fehlerhaft und muss angepasst werden. Wenn du laufend Fehler feststellst und entsprechende Änderungen vornehmst, erreichst du dein Ziel viel schneller und besser und kannst dir wiederum neue Ziele setzen. Kommen wir zu der letzten Säule der Selbstregulation, der sogenannten Selbstwirksamkeit. Sie beschreibt die Überzeugung zu den eigenen Fähigkeiten, bestimmte Handlungen ausführen zu können, die zum Erreichen bestimmter Ziele erforderlich sind. In anderen Worten ist es die Erwartung, aufgrund der eigenen Kompetenz gewünschte Handlungen erfolgreich und selbstständig ausführen zu können. Eine Person, die daran glaubt, selbst etwas bewirken zu können und auch in schwierigen Situationen selbstständig handelt, hat eine sehr hohe Selbstwirksamkeit. Doch worin unterscheiden sich jetzt genau der Locus of Control und die Selbstwirksamkeit? Der Locus of Control beschreibt die Ausrichtung, ob man das Leben eher von inneren Faktoren oder von äußeren Einflüssen gesteuert ansieht, während die Selbstwirksamkeit hingegen die spezifische Überzeugung darstellt, wie gut man bestimmte Aufgaben bewältigen kann. Beide Konzepte sind wichtig für das Verständnis des individuellen Verhaltens und der Motivation und der psychologischen Anpassungsfähigkeit. Zu den Selbstwirksamkeitserwartungen gibt es ebenfalls spannende Studien. Beispielsweise geben Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit schneller auf und neigen eher zu Angststörungen und Depressionen. Personen mit hoher Selbstwirksamkeit hingegen geben sich selber höhere Ziele und bleiben auch eher dran, zeigen also mehr Ausdauer. Daraus folgt dann, dass sie beruflich deutlich erfolgreicher sind. Außerdem ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung größer, je mehr man davon überzeugt ist, ein bestimmtes Ziel auch erreichen zu können. An dieser Stelle möchten wir aber noch einmal darauf hinweisen, dass die Erreichung von Zielen und Erfolg nicht ausschließlich von der eigenen Überzeugung oder dem richtigen Mindset abhängt, sondern von vielen Faktoren abhängig ist. Jedoch haben die eigenen Überzeugungen nachweislich einen förderlichen Effekt, da man eher Herausforderungen annimmt, wenn man überzeugt ist, diese auch bewältigen zu können. Kommen wir zum letzten wichtigen Aspekt der Selbstwirksamkeit, der zirkulären Wirkung. Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen führen auch zu hohen Ansprüchen an sich selbst, weshalb man eher anspruchsvolle Herausforderungen sucht. Wenn man dann gute Leistungen erbringt, führt das wiederum zu einer Bestätigung und einer Bestärkung der Selbstwirksamkeit. Das ist auch der Grund, warum erfolgreiche Menschen immer erfolgreicher werden und beschreibt den sogenannten High-Performance-Cycle. Erfolgserlebnisse führen zu einer Bestätigung der eigenen Überzeugung, die sich tendenziell erneut bestätigt und wieder zu guten Leistungen führt. Andersherum führen Misserfolge hingegen aber gleichermaßen zu einer umgekehrten zirkulären Wirkung. Das bedeutet, dass Misserfolge die eigene Selbstwirksamkeit reduzieren und Überzeugungen in einem Bestärken Ziele sowieso nicht erreichen zu können, weswegen man Herausforderungen eher meidet. Dabei zeigt ein Experiment bei der Rauchentwöhnung aus dem Jahr 1978 eindrucksvoll den Einfluss der Selbstwirksamkeit. Insgesamt gab es drei Gruppen, dessen Ziel es war, mit dem Rauchen aufzuhören. Die erste Gruppe erhielt eine Behandlung zur Rauchentwöhnung. Zusätzlich wurde ihnen von den Forschern mitgeteilt, dass bei ihnen ein sehr großes Potenzial zur erfolgreichen Rauchentwöhnung aufgrund ihres Persönlichkeitsprofils diagnostiziert wurde. Das entsprach jedoch nicht der Realität und wurde nur erfunden. Die zweite Gruppe erhielt hingegen lediglich die Behandlung ohne eine jegliche Mitteilung und die dritte Gruppe erhielt als Kontrollgruppe weder eine Behandlung noch eine Mitteilung. Was denkst du, wie viel Prozent in der jeweiligen Gruppe konnten erfolgreich mit dem Rauchen aufhören? Hatten die Überzeugung, mit dem Rauchen aufhören zu können, einen signifikanten Einfluss? Und das Ergebnis ist tatsächlich verblüffend. Mehr als doppelt so viele Personen haben erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört, da man in ihnen die Überzeugung weckte, sie haben ein besonderes Potenzial erfolgreich zu sein. Bei der gleichen Behandlung ohne diese Überzeugung konnten weniger als halb so viele mit dem Rauchen aufhören. Vielleicht fragst du dich schon die ganze Zeit, ob du jetzt eine hohe oder eine niedrige Selbstwirksamkeit hast. Du kannst dich anhand der folgenden drei Fragen testen. Kannst du dich in schwierigen Situationen auf deine Fähigkeiten verlassen? Kannst du die meisten Probleme aus eigener Kraft gut meistern? Kannst du auch anstrengende oder komplizierte Aufgaben gut lösen? Wenn du diese Fragen überwiegend mit Ja beantwortet hast, hast du sehr wahrscheinlich eine hohe Selbstwirksamkeit. Wenn du eher mit Nein geantwortet hast, dann wohl eher eine geringe Selbstwirksamkeit. Aber auch das ist kein Problem, denn ebenso wie die Kontrollüberzeugungen kannst du auch deine Selbstwirksamkeit trainieren und verbessern. Daher zeige ich dir im nächsten Schritt die Quellen, aus denen sich unsere Überzeugungen entwickeln, um dir anschließend zehn konkrete Tipps zu geben, mit denen du deine Kontrollüberzeugungen erhöhen kannst. Die einflussreichste Quelle für Selbstwirksamkeitserwartungen ist die eigenständige und erfolgreiche Bewältigung einer herausfordernden Aufgabe. Also persönliche Erfolge, die deine Selbstwirksamkeit stärken bzw. auch Misserfolge, die sie schwächen. Wenn du Erfolgserlebnisse hast, lernst du, dass du die Fähigkeiten hast, um Handlungen erfolgreich auszuführen und damit wachsen auch deine Überzeugungen in dir. Hast du hingegen überwiegend Misserfolge, lernst du wiederum, dass du deinen eigenen Fähigkeiten nicht vertrauen kannst. Die zweite Quelle sind stellvertretende Erfahrungen. Das bedeutet, dass bei der Beobachtung anderer Personen mit ähnlichen Veranlagungen und Fähigkeiten im Vergleich zu deiner eigenen Person stellvertretende Erfahrungen bei Erfolgen gleichzeitig auch die Überzeugung deiner eigenen Fähigkeiten erhöhen können. Gleichermaßen können aber auch stellvertretende Misserfolge anderer Personen zu Missvertrauen deiner eigenen Fähigkeiten und Demotivation führen. Dein persönliches Umfeld hat daher einen hohen Einfluss auf deine eigenen Überzeugungen. Die dritte Quelle wurde bereits durch die Studie zur Rauchentwöhnung gezeigt, in der die Überzeugung durch die verbale Ermutigung erhöht wurde. Personen, denen die Bewältigung einer gewissen Aufgabe oder Herausforderung zugetraut und gut zugeredet wird, strengen sich auch eher an diese zu bewältigen. Wichtig ist dabei jedoch, dass die Ermutigung als realistisch eingeschätzt wird und die Personen authentisch und qualifiziert wirken. Andernfalls tritt der Effekt nicht ein, da die Personen nicht wirklich überzeugt sind von der Ermutigung. Die letzte Quelle ist die emotionale Erregung. Grundlage der Selbstwirksamkeitsbewertung sind häufig die physiologischen Reaktionen des Körpers auf gewisse Anforderungen. Beispielsweise können körperliche Erregungen wie Schweißabsonderung oder ein sehr schneller Puls in schwierigen Situationen wie einer Präsentation vor sehr vielen Leuten zu Unsicherheiten und einem Gefühl geringer Kontrolle führen, die sich wiederum negativ auf die Selbstwirksamkeit durch das emotionale Erleben auswirken. Andersherum bestärken moderate und positive körperliche Reaktionen wie eine gesteigerte Energie oder ein leicht erhöhter Herzschlag hingegen die Selbstwirksamkeitserwartungen durch das selbstbewusste emotionale Erleben solcher Situationen. Kommen wir nun aber zu den zehn Tipps, mit denen du deine Kontrollüberzeugung erhöhen kannst, um produktiver, motivierter und erfolgreicher zu werden. Erstens Selbstreflexion. Nimm dir Zeit, um deine Gedanken und deine Einstellungen zu betrachten. Achte darauf, ob du dazu neigst, äußere Faktoren oder andere Menschen für ihre Erfolge oder Misserfolge verantwortlich zu machen. Wenn du dir bewusst wirst, wie du auf bestimmte Situationen reagierst, kannst du gezielt daran arbeiten, deinen internen Kontrollglauben zu stärken. Zweitens Verantwortung übernehmen. Übernimm die Verantwortung für deine Entscheidungen und Handlungen. Indem du dich bewusst dafür entscheidest, Dinge in die Hand zu nehmen und deine Ziele aktiv zu verfolgen, stärkst du deinen Glauben an deine eigenen Fähigkeiten. Drittens Erfolge feiern. Achte bewusst auf deine Erfolge, unabhängig davon, wie klein sie auch sein mögen. Wenn du ihre Leistung anerkennst, erkennst du, dass deine Handlungen einen Unterschied machen und dein Handeln zu positiven Ergebnissen führen kann. Viertens Herausforderungen annehmen. Stell dich aktiv Herausforderungen und schwierigen Situationen. Indem du dich mutig Situationen stellst, die ein gewisses Maß an Kontrolle und Anstrengung erfordern, kannst du deine Überzeugung stärken, dass du auf dein Leben und deine Ergebnisse Einfluss hast. Fünftens positive Selbstgespräche. Wir sprechen täglich in unseren Gedanken mit uns selbst und das ist auch ganz normal. Achte in Zukunft mehr auf deine inneren Dialoge und ersetze negative Selbstgespräche durch positive und aufbauende Aussagen. Indem du dich selbst ermutigst, kannst du dich daran erinnern, dass du in der Lage bist, Situationen zu bewältigen und deine Kontrollüberzeugung zu stärken. Sechstens Vorbilder und Unterstützung. Suche nach Vorbildern oder Personen in deinem Umfeld, die einen starken internen Kontrollglauben haben. Beobachte sie, wie sie mit Herausforderungen umgehen und lass dich von ihnen inspirieren. Auch die Unterstützung durch Freunde, Familie oder einen Therapeuten kann hilfreich sein, um deinen Glauben an deine eigene Kontrolle zu stärken. Siebtens Übung und Training. Je mehr du dich mit einer Aufgabe oder einer Fertigkeit beschäftigt und übst, desto mehr Vertrauen gewinnst du in deine Fähigkeiten, sie auch erfolgreich ausführen zu können. Sammel dabei besonders viele Erfahrungen in den Bereichen, in denen du deine Selbstwirksamkeit stärken möchtest. Achtens Auseinandersetzung mit Rückschlägen. Akzeptiere, dass Rückschläge und Fehler Teil des Lernprozesses sind. Sehe sie eher als Gelegenheit an, zu wachsen und zu lernen, anstatt sie als Zeichen für mangelnde Kompetenz zu interpretieren. Neuntens Fokus auf Stärken. Identifiziere deine Stärken und nutze sie, um Herausforderungen anzugehen. Wenn du dich deiner Stärken bewusst bist und diese gezielt einsetzt, steigt auch deine Selbstwirksamkeit. Zehntens Visualisierung. Stelle dich selber dabei vor, wie du erfolgreich eine bestimmte Aufgabe bewältigst oder ein Ziel erreichst. Diese mentale Vorstellung von Erfolg kann deine Selbstwirksamkeitserwartungen bereits stärken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt den Kanal, damit du zukünftig keine Videos mehr verpasst. Über diese beiden Videos kommst du außerdem zu den anderen Teilen der Playlist.